ja servus hallo zu einer neuen folge aus der sudküche eigentlich wollte ich heute kein video machen mache ich aber ich habe jetzt keine ruhe und nichts gemacht weil ich habe an der verbretung heute weiter gemacht habe die verschraubung weiter gemacht und die form angepasst war jetzt dusche und dort noch mache ich mal nicht die ruhe so aber das will ich euch nicht vorhin halten deswegen bleibe dran ich schwenke rum und zeige euch mal den aktuellen stand so hier haben wir die beifahrerseite da sieht man jetzt schön die verschraubung vorne hier oben die vier stück muss ich halt später sage ich nur noch ganz fein anpassen die rundung dass die rechts und links alles sauber sind und gleich sind und ich sage mal wenn sie nicht 100 prozent perfekt sind ist gar nicht so schlimm weil das ist alles handmade da ist kein computer wo das errechnet hat oder sonst irgendwas wie es bei der rocket bunny kids ist wie man oder die mal so teuer kaufen kann ja dann muss man aus dem licht hier habe ich nur müssen schneide dass ich das stücke bis jetzt haben wir so hat weil dort die verbretung luft gehadert dass wir haben nicht das in geschnitt hier die verschraubung und hier jetzt nur professorisch mit einer schraube gemacht wie am anfang damit das anleit und das austrocknen kann hier unten ist die verschraubung schon soweit vorbereitet du musst jetzt nur später wenn die verbreterung abgemacht ist ich weiß nicht wie ich das nennen soll verbreterung oder egal dann muss ich hier die in sie mutterin mache und dann kann ich schon schrauben dann kommt das weg und dann wird die kante soweit beigeschliff wie es auf der anderen seite ist das obere stück hier stimmt schon und dann ist hier ja wo es schmäler wird also bis ungefähr kurz vor der schraube kopf wird abgeschliff damit das rechts und links gleich ist dann habe ich mich dazu entschieden die seite schwelle noch weiter zu ziehen und den verlauf vom kotflüschel zu übernehmen wenn man jetzt so guckt dass es gerade runter läuft und von der seite läuft es dann schräg wie es nicht wie es am schluss aussieht ob es mir dann doch gefällt oder nicht aber dass es dann so abgesetzt ist finde ich sieht professioneller aus oder wie soll ich sagen halt nicht einfach was gemacht drauf geschraubten fertig sondern schön sauber gemacht hier ist schon das habe ich schon hier ist schon ein bisschen gespachtelt dort die kante habe ich schon angefangen rinze ziehe und hier geht es dann weiter wenn das ausgetrocknet ist kann ich dann hier unten rum die kante muss sage ich mal bis hier her wenn ich genau weiß wie groß der radlauf wird weil der muss auch noch die rundung genau ausgemessen werden dass rechts und links gleich ist die verschraubungslöcher also das war ich da vorbereiten die schraubt die schraubt und oben rum bis vor unter die lamp sitze an beide kotflügel genau exakt an der gleich position habe ich komplett ausgemessen und nach der schraube durch mal den radlauf anzeichnen ausmessen wie man es nennen will dass der rechts und links gleich ist und dann kann ich wie gesagt da unten rum das stück zu machen mal das geht dann sage ich mal so fünf zentimeter oder so wäre ich das drin gelassen ich weiß noch nicht oder bis hier schräg nur hin muss ich gucken das ist jetzt die beifahrerseite und ich finde das saustabil das sieht man jetzt die form wie ich gesagt dass er leicht die wölbung so hat und so das ist halt schwierig zu schleifen aber das kriege ich hier jetzt haben wir die fahrerseite hier die fahrerseite und ich jetzt gelang stehe ist aber wieder hier vorne die verschraubung nur ist halt die kontur hier die kantone drin geschlüpft geschliffen dann sind hier die verschraubung hier hinter die habe ich und dann habe ich halt hier noch die worunter gehe schon wieder in den griff da ist die schwelle frisch laminiert die ist schon fertig da ist auch schon die in sieben da drin mit der m5er schraub und hier muss ich noch wie man sieht hinter drauf lang machen und hinter dran laminieren dass der zwischenraum zwischen verbreiterung und kotflügel aufgefüllt wird so ja das war jetzt das und sobald er fertig ist wie gesagt morgen will ich dran dran gehen die schwelle hin dass die abgehen denke diesen bis morgen ausgetrocknete ohne die verlängerung von der schwelle dann wird hier innen drin blank gemacht wird der zwischenraum aufgefüllt und hier oben sieht man jetzt schön dass ich dort zweimal so eine lücke habe das hat sich alles wunderbar wie ich gesagt am kotflügel angepasst und das tue ich dann wenn ich es ab mache und mache hinter die verschraubung von innen auf laminieren mache ich hier nochmal bis hier vom gfk drauf in deine zwischenräumen und mache wieder kreppband auf der kotflügel alles und dann wird es verschraubt und trocknen gelöst und das ist schön sauber anliegt so und jetzt müssen wir eine mutter rippen hier sieht man jetzt ganz leicht der luftspalt zwischen der verbreiterung und dem kotflügel das liegt an deiner inziehmutter ist er so gedacht und gewollt weil ich habe vor hier ein gummikäder entlang der kant zu legen deswegen werden die kanten nicht spitz die werden abgerundet so wie ich es jetzt hier probiert haben schön abgerundet hier hinten auch schön abgerundet und da will ich eine gummikäder hinlegen damit das gfk nicht auf dem lack direkt drauf verschraubt ist und scheuern kann arbeiten kann wie man es nennen will vielleicht tut es ein bisschen zu der optik beitragen sehe ich dann ganz am schluss wenn es fertig ist und dass lackiert ist und kotflügel neu lackiert sind und ja dann muss ja später noch hier getrennt werden die form vom kotflügel hier was noch inne läuft und ein stück runter die rundung will ich beiziehe bis hin damit das auf der eck mehr stabilität hat wenn das getrennt ist und das wird dann auch von der stoßstange gleiche höhe und dann kommt der abstandsstück rein wo dann die stoßstange von unten dran kommt verschraubt wird weil ja der radlauf unten drunter raus geschnitten wird und die stoßstange auch ungefähr bis hier sonst passt das hier mit dem reifen nicht von hier sieht man es mein finger hier an der stoßstange an so ja so sieht es aus das wollte ich eigentlich nicht vorenthallen ich finde ich weiß nicht Tag 5 oder jetzt Endwoche ich weiß nicht ich muss immer gucken wie lange ich jetzt schon da dran bin finde ich sieht das richtig gut aus aber auf dem kotflügel die schräge stimmt schon komplett mit rechts und links da habe ich mal schablon gemacht von dem kotflügel Eckpfanne dann habe ich die schraube alles von da hin da sieht man es die kant vom kotflügel von hier aus alles aus gemessen die schrauben nach vorne die länge nach vorne die schraube und so weiter dass das alles genau rechts und links gleich ist wie gesagt das wollte ich euch nicht vorhin halte das war es jetzt soweit von rocket bunny bis heute nicht gerade direkt ein bisschen weil ich jetzt die hoher nicht gemacht habe oder sonst irgendwas oder wie auch immer gebt ihr Leute die findet das anstößig mir egal ich habe das jetzt fertig gemacht war jetzt Dusche und habe dann überlegt das will ich euch nicht vorenthallen deswegen kurzes Update wenn es euch gefallen hat teilen, liken, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns dann neue spätestens immer neue im nächsten Video mit hoffentlich ja kann man schon sagen mit hoffentlich gespachtelt gefüllter Rad läuft vorne also das erste Teil vom Rocket Bunny bis dahin